Ja, in heutigen Zeiten ist eine gute Bewertung im Internet für jede Autowerkstatt ein entscheidendes Kriterium für neue Aufträge. Eine Autowerkstatt leiten wir auch in diesem Spiel. Dabei konkurrieren die Mechanikerinnen in unterschiedlicher Schichten um den besten Ruf in Form von Siegpunkten. Die gibt es, wie könnte es anders sein, für reparierte Autos, aber von vorn. Puzzelt zunächst den Rahmen für den modularen Spielplan zusammen, der zeigt erst einmal die Punkteleiste. Dann gibt es diese Ortstafeln hier, die sind doppelseitig bedruckt. Die Orte können in waagerechter oder senkrechter Anordnung hier eingebracht werden. Für die erste Partie empfiehlt es sich einfach der Nummerierung zu folgen. Da kommen hier oben erst einmal zwei waagerechte Orte hin, dann folgen hier in der Mitte vier senkrechte Orte und die zwei letzten Orte werden dann hier unten wieder waagrecht eingefügt. In späteren Partien könnt ihr diese Anordnung abändern, indem ihr die Plättchen dreht, wie ihr möchtet. Auch wenn das grundlegende Raster erhalten bleibt, könnt ihr dann die Positionen der einzelnen Orte immer so abändern, dass ihr in jeder Partie einen anderen Spielplan habt. Mischt dann die Ereigniskarten, legt sie als verdeckten Stapel hier links bereit, mischt außerdem die Fahrzeugkarten. Von diesem deckt ihr jetzt eine Karte mehr auf als Spieler teilnehmen. Wir spielen hier zu viert, also werden fünf Karten aufgedeckt. Die Fahrzeugkarten zeigen verschiedene Fahrzeugtypen in verschiedenen Farben. Außerdem zeigen sie am jeweils linken oberen Rand eine Siegpunktezahl, die es dann gibt, wenn so ein Auto repariert wurde. Die Ressourcen, die für so eine Reparatur nötig sind, die seht ihr dann darunter angegeben. Je anspruchsvoller so eine Reparatur ist, umso mehr Punkte gibt es dann auch entsprechend für das reparierte Fahrzeug. Jeder von euch bekommt zudem ein eigenes Lagertableau. Darauf befinden sich jetzt erst einmal die beiden Mechanikerinnen. Außerdem erhält jeder so einen Punktemarker. Eine der beiden Mechanikerinnen wird dann auch direkt vor Spielbeginn auf den Spielplan gestellt, nämlich auf den Ort hier oben rechts. Die zweite Mechanikerin kann dann im weiteren Spielverlauf folgen. Der neutrale Lehrling kommt hier unten auf diesen Ort, der darf von allen Spielern genutzt werden. Legt nun noch eure Punktemarker auf das Feld Null der Punkteleiste und dann zieht ihr noch jeweils eine geheime Bonuskarte, die ihr euch selbst ansehen dürft, die die anderen aber nicht sehen sollten. Darauf ist ein Fahrzeugtyp und eine Fahrzeugfarbe zu sehen. Fehlt das eigene reparierte Fahrzeug mit mindestens einem der beiden Merkmale, gibt es am Spielende dann noch einmal einen Siegpunkt. Mischt nun noch die Autoschlüssel in euren Spielerfarben und zieht einen zufälligen Schlüssel. Diese Person beginnt, in diesem Fall bin ich das, den Schlüssel lege ich dann einfach hier zu meinem Tableau. Die anderen Schlüssel können zurück in die Schachtel. So, was benötigen wir jetzt noch dringend zur Reparatur der Fahrzeuge? Ressourcen, genau. Hier oben links finden wir in orange Motorteile, hier oben rechts in rot Werkzeug, hier unten in braun Öl und hier unten rechts in schwarz die Reifen. Von jeder Ressourcenart liegt je nach Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl an Ressourcenteilen aus. Im Spiel zu zweit sind das jeweils acht, im Spiel zu dritt zehn und im Spiel zu viert zwölf Teile. So, alles vorbereitet, dann kann das Spiel beginnen. Zu Beginn jeder Runde wird eine Ereigniskarte vom Stapel aufgedeckt. Da gibt es Ereignisse mit so einer grünen Schrift hier, die bieten dann allen Personen eine bestimmte Option, hier beispielsweise gratis Ressourcen, ein Werkzeug, ein Öl, zwei Motorteile oder zwei Reifen. Da wähle ich jetzt beispielsweise die beiden Motorteile. Ressourcen erhalte ich zunächst einmal aus dem allgemeinen Vorrat. Die beiden Motorteile, die ich gewählt habe, lege ich dann im Anschluss auf mein persönliches Lagertableau. Hier gibt es kein Limit für Ressourcen, da dürfen beliebig viele Ressourcen liegen. In weiteren Runden gibt es dann weitere Ereignisse. Hier zum Beispiel könnte die Bewegung in der Werkstatt verändert werden, die erkläre ich euch gleich, oder es gibt eine zusätzliche Aktion in einer Runde. Es gibt aber auch Ereignisse mit einer roten Schrift. Alle Personen müssen dann diesen Effekt ausführen. Hier beispielsweise am Rundenende die Positionen ihrer Figuren verändern. Dann gibt es einschränkende Effekte, die für die laufende Runde gelten. Hier zum Beispiel keine Reifen mehr im Vorrat. Es gibt auch solche fiesen Karten hier, die dann direkt zu einem Ressourcenverlust führen. Hier müsste beispielsweise jeder ein Werkzeug abgeben. Wie gesagt, es gibt immer nur ein Ereignis pro Runde. Dann folgen reihum die Spielzüge. Wenn ich am Zug ziehe, ziehe ich zunächst den Lehrling auf einen orthogonal angrenzenden Ort. Zum Beispiel auf diesen hier. Da habe ich jetzt zwei Aktionen zur Auswahl. Ich kann eine beliebige Ressource nehmen. Alternativ kann ich, das zeigt dieses Autosymbol, ein defektes Fahrzeug zur Reparatur annehmen. Das ziehe ich entweder vom Stapel, nehme es aus der offenen Auslage und lege es dann links neben mein eigenes Lagertableau. Der Freiplatz in der Auslage wird dann mit einer neuen Karte vom Stapel aufgefüllt. Jetzt habe ich den Lehrling bewegt. Das darf ich jetzt im Anschluss auch mit meiner Mechanikerin machen, wenn ich möchte. Bleibt sie stehen, darf ich die Aktion des Ortes nicht ausführen. Eine Aktion ausführen darf ich nur, wenn ich die Figur auf einen angrenzenden Ort ziehe. Da sehe ich hier beispielsweise erneut das Autosymbol. Da suche ich mir ein weiteres kaputtes Fahrzeug aus und lege es hier an mein Tableau an. Hier gibt es ebenfalls keine Limits. Da dürfen beliebig viele Fahrzeuge zur Reparatur angenommen werden. Beachtet allerdings, dass ihr am Spielende zwei Minuspunkte einfahrt für jedes nicht reparierte Fahrzeug. So, das war dann auch schon mein Spielzug. Dann ist die nächste Person in Spielereihenfolge dran. Grün zieht zunächst den Lehrling auf einen angrenzenden Ort, nämlich hier oben hin und erhält dann entsprechend wie angegeben zwei Motorteile aus dem allgemeinen Vorrat. Die eigene als grüne Mechanikerin bewegt sich im Anschluss um ein Feld nach unten auf diesen Ort hier und auch grün sucht sich nun ein Fahrzeug zur Reparatur aus. Vielleicht hier dieses Coupé. Auch dann wird der freie Platz mit einer neuen Karte vom Stapel aufgefüllt. Und dann ist auch schon rot dran. Zunächst wieder mit der Bewegung des Lehrlings hier auf den angrenzenden Ort nach rechts. Da gibt es dann einmal Werkzeug und anschließend mit der eigenen Figur zum Beispiel hier nach links. Da gibt es dann zwei Motorteile. Auf jedem Ort dürfen sich mehrere Figuren ansammeln. Orange würde jetzt beispielsweise den Lehrling zurück nach links schicken, um auch zwei Motorteile zu erhalten. Und Orange möchte dann auch erst einmal weitere Ressourcen sammeln. Sieht Orange die eigene Mechanikerin jetzt im Anschluss auch. Auf den Orten nach links gibt es dafür dann noch einmal zwei Motorteile aus dem allgemeinen Vorrat. Ja, das sind dann gleich vier Motorteile in nur einem Spielzug. Ganz wichtige Regel, die Ressourcen sind, wie am Anfang bereits gesagt, begrenzt. Sollten einmal die letzten Ressourcen einer Art aus dem Vorrat entfernt werden. Und ein Spieler würde dann noch einmal diese Ressourcen erhalten dürfen, die auch einfach aus den Lagern von Mitspielern geklaut werden. Also besser rechtzeitig ausgeben. Schauen wir uns nun die einzelnen Aktionen noch einmal genauer an. Hier auf den vier Eckfeldern erhalten wir also Ressourcen. Hier unten zwei Reifen, daneben ein Öl. Oben rechts einmal Werkzeug und hier oben links zwei Motorteile. Das grüne Aktionssymbol mit dem Auto habe ich euch eben schon erklärt. Da erhaltet ihr einfach dann neue Autos zur Reparatur. Neue Ressourcen erhaltet ihr über das Plus Eins Symbol. Da gibt es dann einfach eine beliebige Ressource aus dem Vorrat. Und hier auf dem Ort daneben könnt ihr Ressourcen tauschen, nämlich bis zu vier Ressourcen aus eurem Lager abgeben und dafür dann entsprechend vier andere Ressourcen aus dem Vorrat nehmen. Diese Ressourcen dürfen in diesem Fall allerdings nicht aus den Lagern der Mitspieler gestohlen werden. Auf zwei Orten sehen wir dann auch dieses Schlüsselsymbol hier. Ziehe ich auf einen solchen Ort, darf ich ein angenommenes Fahrzeug reparieren. Hier links befindet sich beispielsweise dieser lilafarbene Bulli. Der verlangt zwei Motorteile und die besitze ich in meinem Lager. Die kann ich jetzt ausgeben und zurück in den allgemeinen Vorrat legen. Und damit ist dieses Fahrzeug wieder in Gang gesetzt. Das wird dann einfach hier auf die rechte Seite des eigenen Lagers verschoben und bringt mir die Siegpunkte, die hier oben links stehen. An diesem Fall ist das nur ein Punkt, aber es gibt natürlich auch höherwertige Aufträge, die dann entsprechend mehr Ressourcen verlangen. Über die Reparaturen sammle ich also Punkte auf der Punkteleiste. Ziehe ich auf Feld 7 oder darüber hinaus schalte ich mir eine neue Möglichkeit frei, da nämlich darf ich eine neue Mechanikerin einstellen. Dafür gibt es dieses eigene Aktionssymbol auf diesem Ort hier. Das kann ich einmalig verwenden, um meine zweite Mechanikerin aus dem Lager auf den Spielplan zu schicken. Die darf dann ab der nächsten Spielrunde verwendet werden. In meinem eigenen Spielzug ziehe ich nach wie vor zunächst den Lehrling auf einen angrenzenden Ort, zum Beispiel hier nach oben, um zwei weitere Motorteile zu erhalten. Im Anschluss darf ich jetzt beide Mechanikerinnen bewegen, also diese hier beispielsweise nach hier unten, um ein Öl zu erhalten und die zweite dann hier nach rechts, um ein neues Auto zur Reparatur anzunehmen oder eine weitere beliebige Ressource aus dem Vorrat zu nehmen. So erhöhe ich also die Anzahl meiner möglichen Aktionen dauerhaft. Das Spiel wird reihum so lange fortgesetzt, bis es einer Person gelingt, ihr sechstes Auto zu reparieren. In diesem Fall wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt, das heißt die Person, die rechts von der sitzt, die den Startschlüssel besitzt, beendet das Spiel. Jetzt gibt es noch eine kleine Schlusswertung. Wer seine zweite Mechanikerin nicht eingestellt hat, bekommt dafür zwei Punkte. Jedes angenommen, aber bis zum Spielende nicht reparierte Fahrzeug kostet mich zwei Punkte, das heißt da marschiere ich zwei Punkte pro Fahrzeug auf der Punkteleiste zurück. Dann zähle ich meine übrigen Ressourcen. Für jeweils fünf erhalte ich noch einmal einen Punkt, da habe ich jetzt hier beispielsweise zwei Reifen, drei Motorteile und einmal Öl, also sechs Teile, macht noch mal einen Schritt nach vorn. Und dann gibt es noch die Bonuskarte, die ausgewertet wird. Ich bekomme jetzt einen Punkt, wenn ein repariertes Fahrzeug entweder vom Typ Bulli ist oder es die rote Farbe zeigt. Jetzt schauen wir mal auf meine Reparaturen. Der Bulli hier oben bringt mir einen Punkt. Die zweite Karte zeigt ebenfalls einen Bulli und dieser Bulli ist auch noch rot. Auch dafür gibt es einen Punkt, auch wenn hier beide Merkmale übereinstimmen. Dann habe ich einen weiteren Bulli repariert, nämlich in weiß, bringt noch mal einen Punkt und dann noch ein rotes Fahrzeug, noch mal einen Punkt. Die beiden unteren Karten entsprechen nicht der Vorgabe. Diese Punkte werden jetzt noch zu den bisherigen Punkten hinzuaddiert und wenn nun insgesamt die meisten Punkte gesammelt hat, ist der Sieger. Bei einem eventuellen Gleichstand wird dann einfach geschaut, wer mehr reparierte Fahrzeuge besitzt und sollte es da erneut einen Gleichstand geben, dann gewinnt derjenige, der weniger kaputte Fahrzeuge in seiner Auslage liegen hat. Ihr könnt das Spiel dann auch noch variieren. Zum einen könnt ihr, wie am Anfang schon beschrieben, die Orte neu arrangieren. Zum anderen könnt ihr die Regel weglassen, dass fehlende Ressourcen aus den Lagern der Mitspieler geklaut werden dürfen. In diesem Fall heißt es dann einfach, was weg ist, ist weg und die Ressourcen gibt es erst wieder, wenn sie von den Spielern zurück in den allgemeinen Vorrat gelegt werden. Kennt ihr das auch? Ihr hört ein Wort und direkt setzt so ein komisches Gefühl in der Magengegend ein. Bei mir ist das Wort Autowerkstatt tatsächlich ein solches Wort. Ich bin kein Bastler, kein Autoschrauber, mein Auto soll fahren. Und damit das immer so klappt, lege ich die Verantwortung in die Hände der Werkstatt meines Vertrauens. Nicht ohne jedes Mal doch einen gewissen Respekt vor der abschließenden Höhe der Reparaturrechnung zu haben. Oder anders gesagt, so manches Wehwehchen meines Autos ist mir dann echt schon teuer zu stehen gekommen, denn jedes Mal neu kaufen ist ja schließlich auch keine Option. Also zumindest nicht für mich, was die Annahme widerlegt, man könnte durch YouTube Spielevideos gereich werden. Naja, das ist ein gänzlich anderes Thema. Also kurz und knapp, das Thema ist sicher für Autofans absolut reizvoll. Das Spielmaterial ist hochwertig, dennoch zeigte sich in unseren Runden, dass andere Settings erst einmal massenkompatibler erscheinen, ja vielleicht einfach erstmal spannender wirken. Aber okay, kein Einheitsbrei, sicher auch schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Warum auch immer so ein Autothema ließ bei uns die Vermutung aufkommen, es müsse sich wohl um ein Vielspielerspiel handeln. Was wohl daran liegt, dass eben Spiele wie Automobile oder Kernbahn und Co. eben Expertenspiele ansprechen. Ein Blick auf die Schachtel von Greased Monkey, Garage und die Altersangabe ab 8 Jahren verrät dann aber schnell, dass die Zielgruppe dieses Spiels tatsächlich eher im Familienspielbereich liegt. Und in der Tat können all die, die mit Ressourcenmanagement noch nicht viel anfangen können, gut an komplexere Spiele dieser Art herangeführt werden. Auftrag annehmen, Ressourcen sammeln oder ertauschen, Auftrag erfüllen, Punkte kassieren, mehr ist es letztlich nicht. Das dann noch verbunden mit kleinen glücksbehafteten Elementen wie den Ereignissen, die auch mal eine Person stärker treffen können als eine andere und mit den Bonuskarten, deren Erfolg letztlich auch immer etwas von der zufälligen Kartenauslage abhängt. Somit ist das Spiel jetzt kein Titel für die, die hier wirklich ein überaus strategisches Spiel erwarten. Es ist ein Spiel mit simplen Regeln, das vor allem durch seine Art der Aktionsauswahl ein eigenes Gesicht bekommt. Die Bewegung durch die Werkstatt ist dann im kleinen Rahmen durchaus auch schon planerisch und taktisch, zumal ein Worker, der Lehrling ja von jedem in jedem Spielzug bewegt wird, sodass man da auch immer etwas Einfluss auf die Möglichkeiten der Konkurrenz nehmen kann. Interaktion entsteht auch durch Stehlen von Ressourcen, wenn keine mehr im Vorrat sind. Eigentlich ein Element, das ich nie besonders gut finde, aber hier unterstreicht es tatsächlich den Wettlaufcharakter des Spiels. So forciere ich die schnelle Erfüllung von Aufträgen, wird in der Variante ohne dieses Element gespielt, ist durch das fehlende Ressourcenlimit ein regelrechtes Horten von Autoteilen möglich, was einem dann je nach Spielerzahl auch verstärkt ausbremsen kann, wenn Ressourcen nicht zurück in den Vorrat gelangen. Ich mag die Standardvariante deshalb tatsächlich lieber. Grease Monkey Garage erfindet das Spielgenre jetzt nicht neu. Es wirkt spielerisch sogar ein wenig wie ein Oldtimer, da man als Vielspieler alle schon mal irgendwo so ähnlich gesehen hat. Für ein flottes Spiel zwischendurch oder gar als Absacker begebe ich mich dennoch gern mal auf das unbekannte Terrain, also in die Werkstatt und das ja mal endlich nicht aus Kundensicht. Dafür gibt es von mir dann insgesamt auch noch gute 7 Punkte, aber eben mit der Beschränkung auf die genannte bevorzugte Zielgruppe. Verlegt also für euch, ob ihr mehr Anspruch erwartet. Naja, und das eher sachliche technische Thema ist wie gesagt dann einfach persönliche Geschmackssache. Autofans werden es auf jeden Fall gern mögen.